Ich bin ein Gamer, ich bin ein Huchens... ähm, darüber reden wir jetzt nicht. Auf, wie geht's? Auf, wie geht's? Hast du einen Reim auf Blockparty? Ähm, nee. Sie sagt, mein Stock mag sie. Das wird jetzt hier ein Battle, mein Freund. Ah, der anderen Sorte. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Ich habe nichts gesehen. Oh mein Gott. Ich glaube, es wird super drauf. Willkommen zum dritten Part. Master Builders. Vielleicht hat man gerade leicht gehört, wie ich mir was zu trinken eingeschenkt habe, aber ich denke, das wird nicht stören. Alles klar. Siehst du schon was Schwab? Oh, das wird ein ganz heftiger Clipper. Wir müssen in die Höhe. Wir müssen etwa bis hier. Ich kann nicht zu sehr übertreiben. Das hast du bei der Giraffe auch gesagt, Dominik. Du bist so gut. Wenn er so auf süß geht. Ja, lass auf süß gehen. Aber ich möchte auch, dass er ein bisschen blutet. Der muss süß, aber blutend sein, dass die Leute Mitleid haben. Ach, jemand, meine Theorien hier, Mann. Oh, das ist süß. Das ist süß. Das ist richtig süß. Das höre ich mir schlecht noch. Dann, ja, gucken wir gleich, wo du kannst. Hier. Aufgaben. Oh, das ist süß. Das ist übel süß. Das ist zu viel, oder? Das ist übel süß. Ich küsse das nicht weiter damit. Und hier ist der Schädel noch ein bisschen. Oh, mein Gott. Ja. Wehe, Tiff. Ähm. Ja, ne? Oh, shit. Nice, halt. Nice. Nice. Wuuuuh. Oh, wow. Wer hat rot in der Hand. Ja, das ist nice. Ich dachte, noch mal so was, wird gewinnen. Wenn ich sage, so rechts, oh, guck mal, wie süß. Ja, das gewinnt. Das heißt, wir tun es. Wow, ist nicht ein Creeper. Das ist es halt. Ich denke, dass ich auch nur so, guck mal, wir können Menschen bauen. Dann machen wir das. Tut mir leid, aber das müssen wir gewinnen. Das ist doch besser. Was ist denn das? Das ist halt... Was ist denn das? Also, wenn das jetzt gewinnt. Was ist das? Was? Das ist halt einfach ein Panzer oder so. Nein, das ist wirklich so echt. Also, niemals. Niemals. Wir sind Achter. Ey, der ist aber nicht gelöscht. Ich weiss dir. Was sollen die, ich weiß so? Wir sind Achter. Nein, ich spiele auf dem Server nicht mehr. Das hat gewonnen. Hier. Wir waren Achter, Thomas. Wir waren Achter. Wie? Lass... Lass noch eine Runde, Master, Willis, aber eins gegen eins. Ich komme wieder auf den Dreckserver. Das war so lächerlich gerade. Das ist unglaublich. Strommast. Reimt sich auf Thomas. Ich sehe es ein, dass ich wahrscheinlich wieder Achter werde oder so, aber... Es ist halt wirklich eine Grütze, was ich hier mache. Na ja, ne? Wirklich. Jetzt bin ich gespannt, was da kommt, ne? Das ist der Ex-Wert 1, das kommt. Das geht sogar gut, ne? Also... WTF? Oh. Okay. Ich gebe mal einen super Kacka, weil ich kann ja nicht wissen, ob der hier was falsch verstanden hat. Ich glaube einfach unsere Übersetzung war falsch. Wann hat das Iron Man? Wahrscheinlich heißt er einfach Iron Man. Warte mal. Iron Man heißt doch safe auch Iron Man, die Dings. Ja. Warum heißt das dann Strommast? Was soll die Scheiße jetzt? Es ist so... Es ist doch alles so ein Schock. Dieser Server wird uns einfach komplett verhaschen. Aber... Warum? Ich gebe den, Legendär. Ich verstehe es einfach nicht, ne? Ja. Ja, ne? Ja. Ach komm. Ne, das hat man jetzt wirklich gelöscht. Also sorry. Also soll die Scheiße. Tja. Ne. Das kann einfach nicht sein, ne? Jetzt baue ich das wieder, wie ich das in Erinnerung habe. Aber das ist halt in Deutschland so. Und dazu. Vielen Dank.